Und langsam wieder tief. Vielleicht spürst du auch sanft die Innenseiten deiner Beine und dann wieder senken lassen. Du spürst, wir sind da relativ stark mit den Füssen am Arbeiten, deshalb Füße und Becken funktional faszial vernetzt. Es soll aus den Hüftgelenken sein, dass du spürst, auch die Hüftgelenke arbeiten mit. Auch die müssen bewegen können, damit die Füße und auch unser Zentrum optimal arbeitet. Sehr gute andere Richtung. Perfekt. Und dann geht es auch gleich weiter. Von hier noch mal mehr. Richtig den Ball vom grossen Zeh spüren, wie der dich wegschiebt. In der Pose brauchen wir es natürlich selten, aber wenn wir stehen, brauchen wir es mehr. Und dann roll Wirbel für Wirbel tief nach unten, sodass du wieder unten angelangt bist.